Euer PC hat keinen Bildschirm, das Notebook-Display ist hinüber und ihr braucht eure Daten aber dringend? Die AdRex Slapdog hilft hier weiter. Sie verfügt über ein 11,5-Inch-Display und kann mit allen Geräten betrieben werden, die HDMI unterstützen. Wir verbinden also unser defektes Notebook über ein HDMI male-to-female Kabel und stecken das wiederum in einen weiteren Adapter. Der zweite Adapter ist ein Micro-HDMI Female Adapter, Two-Male-HDMI. Alles zusammengesteckt leuchtet die weiße LED am Touchpad auf. Diese signalisiert uns, dass die Laptop ein HDMI-Gerät, ihrer Meinung nach ein Motorola Atrix, entdeckt hat und sich nun darauf vorbereitet, euch wieder einen Gerätezugriff zu erlauben. Unser einziger Kritikpunkt, die Lautsprecher der Atrix Laptop, hätte man sich auch sparen können. Das hat nichts mehr mit gutem Klang zu tun. Natürlich eignet sich die Motorola Laptop auch als Zweitbildschirm oder auch Hauptmonitor. Mit passendem USB-Kabel lässt sich auch die Maus und Tastatur nutzen und macht Kabelgewirr auf dem Schreibtisch unnötig. Für inzwischen leider wieder 90 Euro plus ist die Laptop ein Must-Have-Gadget. Mein Name ist Norm Schrapanski für die Nerdbench. Kleine ist aufzufolgen. Hier wird die Zweitbildschirm. Vielen Dank.